Leute, mein Spielstand ist weg, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, denn wir werden uns den Geparden anschauen und ich werde versuchen auf ihn zu sparen, aber das nicht in diesem Video, das werde ich offline machen, also ohne euch. Also, schauen wir uns mal die Sitzanimation an. Er sieht an sich ganz schön aus und so ist das, wenn er aggressiv ist. Oh, cool, der bewegt sich nämlich noch so ein bisschen, auch sein Schwanz, aber das ist bei den anderen Tieren tatsächlich nicht so. Hier auch der Schwanz wieder, ist glaube ich bei den anderen Tieren auch nicht so. Essen, ja, schön, umschauen, ja, im Liegen umschauen, mhm, sehr schön, ich weiß nicht, was das ist, halt so, schlafen, okay, Männchen, ah, wie süß. Äh, okay, ich glaube, das war Rufen, also Tiere suchen. Nee, das ist Tiere suchen, okay. Dann weiß ich nicht, was das andere war. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Da stellt er sich tot. Okay. Oh ja, das ist diese Rollen, das ist auch bei dem, bei dem auch richtig cool. Das ist irgendwas legendäres und da kommt er halt auf und kommt wieder. Ah, das gibt's beim Bär auch. Aber da ist es nicht so süß. Ähm, deswegen will ich auf den Geparden sparen und ja. Wir haben uns aber noch nicht den ganzen Geparden angeschaut, denn wir müssen uns noch die Skins anschauen, die Augen, okay, die Augen nicht, aber die Hüte und alles. Also, haha, richtig cooler Boy. Weil bei den Legendären gibt's ja auch immer was anderes. Haha. Oh. Ui. Oh, verliebt. Okay, der hat jetzt nichts Besonderes für sich. Aber ja. Dann. Kratzer. 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 So, das ist jetzt schon selten. Oh. Okay. Die Sachen sind alle schön und ja. Bye, Leute! Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö